Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together, dem Damakash-Server mit Asraita. Hallo und recht herzlich willkommen und ich begrüße auch den Knolle, auch auf dem Damakash-Server. Echt? Oh, hallo. So, dann können wir wieder weiter bauen, oder wie ist das? Diese Seite hier wurde letztes Mal fertig, hab ich gehört. Aha. Gut, jetzt müssen wir diese Seite fertig bauen, oder wie ist das? Denk ich mal. Kommen wir hier hoch? Ne, wollen wir nicht, glaube ich. Ah, ich mach mal nur. Dann können wir hier gleich zum Hochnehmen bauen. Als Treppe benutzen. So, dann musst du erstmal einmal Erde drauf. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich einen Baum irgendwie als Hilfe benutzt hab. Echt? Ich glaube, sonst brauche ich den nie als Hilfe. Ich hab doch schon Erde im Winter. Ich geh mal nach da drüben und mach da Erde weg, oder? Ja, kannst du machen. So, das passt schon mal. Ich sollte vielleicht erstmal ne Schaufel machen. Hm. Ah, das war jetzt voll hohl, den da rein zu machen, aber egal. Oder? Ne, war sogar richtig, ja. Toll. Das war ungünstig. Brauchst du noch irgendwelche Werkzeuge? Ja. Eine Schippe hab ich nur, aber die brauche ich ja groß nicht. Gut. Das nehme ich erstmal. Ne, brauche ich glaube nicht. So. Ich glaube, ich baue mir erst noch da. So. Komm schon. Dahin. Und. Machen wir erst hier weiter. Gut. So. Und da muss einer hin und da muss einer hin. Und. Die Seite ist bereinigt, sag ich mal. Da oben drauf muss da dann auch einer hin. Da muss auch einer hin. Und hier muss auch eine hin, oder? Ja. So. Wolle ich schon mal den ganzen Dreck wieder weg machen? Hm. Kannst du unten runter, ne? Den kannst du ja schon weg machen, ja. Ja. Wenn du was falsch warst, brauche ich das auch falsch. So. Ich weiß jetzt nur nicht. Ich glaube da vorne muss jetzt schon... Ne, eine Etage tiefer musste glaube ich schon einer dran, ne? Da muss ich erstmal unten gucken, damit ich das sehe. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, muss ich einfach nur so machen. Ja. Ja. Das war falsch. So. So, das war einer. Ich hab schon was falsch gebaut, glaube. Da ist schon was falsch, so ein Shit. Oder? Ja. 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 Das müsste eigentlich da einer hin. Ne, da ist ein Fehler schon, glaube ich, von Grundprinzip drin, ne? Von Haus aus. Ja. Kannst du mal da, wo ich das Loch gemacht hab, ne? Ja. Ja. Nicht den Stein, sondern diesen hier. Da muss noch einer hin. So? Ne, 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 der muss weg. Da, wo du stehst, muss einer hin. Da, wo du drauf stehst auf der Stelle, da muss einer hin. Und dann überall. Da auch, genau. Dann ist es erst richtig. Und der obere Stein, der muss jetzt in der Ecke noch einer rein, dann erst. Jetzt in der Ecke da. Und da, wo du oben bist. Und da drauf jetzt einen, genau. Hast du? Jetzt muss da alles weiter gemacht werden. Und jetzt müssen hier oben, müssen die anders, das war nämlich verkehrt. Mach mal. Der Eckstein ist richtig. Jetzt da muss noch einer drauf, genau. Und einer davor. Ne, der daneben. Der war verkehrt, ne, der war verkehrt. Ne, ne, da passt noch was nicht. Du musst hier zu mir noch einen setzen. Den hättest du dran lassen können. Dann hättest du besser dran. Naja, ist egal. So. Genau. Und der, wo du drauf stehst, beziehungsweise ein bisschen weiter zur Richtung Sonne, der muss weg. Der? Der muss weg, genau. Da muss einer drauf jetzt auf dem nächsten. Und der da drunter muss weg, der da drunter muss weg. Aber ich komm von hier nicht dran. Kannst du von der Seite machen, oder? Mhm. Gut. Und da, wo du stehst, muss auch einer hin. Ne, der war richtig. Der kann aber nicht richtig sein, oder? Ne, der kann nicht richtig sein. Auf jeden Fall da, wo du stehst, vor dir muss einer drauf. Ne, der war richtig. Ja. Und da oben drauf auch einer und einer davor noch. Neben den braunen musst du jetzt noch einen davor setzen. Hab ich. Oder da? Da, genau da. So, und dann einen oben drauf noch. Und wiederum einen davor. Da? Ne, ne, bei dir nicht jetzt da. Den mach mal wieder weg. Spring mal oben drauf. Auf den obersten Stein, ne? Und dann davor muss noch einer. Aber das davor sieht ganz anders aus. Das davor muss noch einer vor, das passt schon. Warte mal, das ist ja auch die Mitte. Da täusche ich mich jetzt. Nein, ne? Der muss nach oben. Und da oben zwischen muss noch einer und dann sind sie passend verbunden. Genau. Und jetzt ist die Verbindung passend. Jetzt muss ich mir das mal angucken. Oben muss noch einer hin. Siehst du das? Äh, ich muss mal grad dafür den Shader ausstellen, sonst blendet die Sonne so. Okay. Und die geht auch schon wieder unter, ne? So, ich glaube hier oben muss noch einer drauf. Ja, rein theoretisch muss da noch einer drauf. Ja, jetzt sieht das gut aus. Jetzt muss hier noch Erde hin. Und dann kann ich nach da gehen. Hier muss einer hin. Und auf der anderen Seite muss auch einer hin. Sag mal. Da einer hin. So, und da. Ich geh mal an, der muss ja mit kaum schlafen. Ja. Ich baue gerade nur die zwei Steine da dran. Ist ja nicht wie bei manchen anderen Sachen, wo man nur alle, also bei manchen anderen zwei fahren. Ich fände da mal kein Steu, weil der ist besonders. Ja. So, dann gehen wir pennen. Hat geklappt. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So. Da muss einer hin, oder? Äh. Das ist ja schließlich die Treppe. Nehmen Sie noch. Also, wenn man hier in der Mitte steht, muss man eins, zwei, drei, vier, fünf hoch. Richtig? Ja. Und jetzt muss man das wie ein Kelch bauen im Endeffekt. Ja. Also muss man hier vier hoch. Ja. Das passt. Ich glaube, wenn man das von unten nach oben baut, ist das einfacher. Ich glaube, hier unten muss nur einer hin. So. Und da muss eine Erde hin, dann können wir da... Äh! Ja, der kann schon weg. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste es so richtig sein. Oder? Das war jetzt total falsch. Nee, hier passt irgendwas nicht. Nee, hier passt irgendwas nicht. Da ist noch was falsch. Nee. Irgendwas ist verkehrt. Glaube ich. So. Da passt was nicht. Da ist schon ein Stein zu viel. Zwei unter dir. Der, der zweite unter dem muss weg. Bleib mal da, wo du bist. Der, genau der muss weg. Und spring mal einen runter. Und zu mir hin, der untere müsste auch, glaube ich, weg. Oder warte mal. Ja. Der hier. Ja, der, der muss auch weg. Und da drüber muss einer hin. Und wenn du nach mir kommst, dann... Nee, da drauf darf keiner. Und der da drunter muss, glaube ich, auch weg. Genau. Und da, wo du stehst, muss einer hin. Nee, nicht der dahinter. Nee, wir haben alles nur eins zweit verschoben, oder? Der nicht wegmachen. Der muss bleiben. Da vor dir muss noch einer hin. Genau. Zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei. Ja, okay. Das ist jetzt schon einigermaßen passend. Das ist eins, zwei, zwei. Und dann geht das schon mit zwei, vier, fünf durch. So, das müsste eigentlich jetzt passend sein. Und wenn ich das so richtig sehe, ist das passend. Aber ich sehe es wahrscheinlich wieder falsch. Hier oben ist noch einer drauf, oder? Einer vorne davor muss noch einer vor. Ich kriege den von hier nicht. Kannst du den da dran machen? Gut. So, warte. Ich muss mal grad erst zählen. Eins, zwei, drei, vier. Noch einer. Fünf. Darüber musste drei links und rechts noch einen von dir. Genau. Und das ist die Spitze schon, ja. So passt das, glaube ich. Jetzt kannst du in jeder Coole, kannst du sozusagen eine Erde machen dann, ne? Scheiße, der war verkehrt hier. Jeder hat Coole in der Erde. Der ist aber auch falsch, oder? Nein, das war alles richtig. Achso, da müssen zwei noch jeweils. Na, jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Oh, jetzt ist... Ich glaube, der muss weg. Jetzt ist wieder richtig. So, einmal ins Loch gelaufen. Passt. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Also dies ist richtig. Jetzt muss nur unten runter das passend sein. Ich habe aber keine Steine mehr, oder? Da muss noch einer, glaube ich, hin. So, eins, zwei, zwei. Passt. Da, wo du stehst, musst du jetzt einen Erdklopf klumpen. Ne, da muss ein... Ne, das... Ja, richtig, das ist auch so. Und links und rechts jeweils einen hin. Eigentlich ist es halt ein symmetrisches Haus. Habe ich denn noch Steine? Ah, ich habe noch reichlich Steine. Ich muss sie nur mal runterholen aus dem Inventar, ne? Hm. Ja, es ist einfach... Eigentlich ganz einfach, aber... Man tut sich schwer. Man tut sich dann schwer, genau. So. Oder war das auch wieder falsch? Ne, ich glaube, das war auch schon wieder falsch, ne? Ne, das ist... ...richtig, oder? Ne, das ist richtig. Hier muss eine Erde drauf. Und da auch. Oh. Eigentlich ist das ganz einfach. Ja. So muss eine gerade Linie durchgehen, ja. Na, da komme ich nicht ran von hier, shit. Wo? Da? Ne, da ist nix. Da muss gar keiner hin. Auf jeden Fall muss da keiner hin. Hm. So, das passt. So, ist das denn jetzt so richtig hier? Müsste eigentlich. Was ist richtig? Das hier oben. Wo bist du da? Ja, das könnte wohl so richtig sein, ja. Ach, shit. Ich hab jetzt einfach hier so in meinen weitergebaut. So, und jetzt muss man eigentlich alles ein-einer hängen. Eng. Oh. Passt schon. Wieso fall ich eigentlich immer so oft runter? Ja. Ne, der kann da bleiben. Hier ist sowieso. Aus dem Mauer. Na, den hätte ich da auch mehr sparen können. Da kann gleich Erde, äh, Stein richtig hin. Hm. Ähm. Jetzt muss ich jetzt gucken, wie das aussieht da unten. Hm. Ja. So. Ich mach das jetzt ganz einfach. Ich geh immer ne Runde mehr. Ja. So. So, jetzt müsste aber der letzte schon sein. Ich mach's ganz einfach, aber du krieg's trotzdem nicht hin oder wie. Okay. Ja, jetzt ist hier das Kreuz. Warum? Ja. Hab's geschafft. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da reinkomm. Okay. Ich bin so runtergefallen. Okay. 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 Jetzt muss ich die Ecke abbauen. so. So. Auf ein neues. Na komm schon. der weg und der weg und der weg. Der weg und der weg. Da muss einer hin und da. Der muss weg, oder? Ja. 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 Da muss einer hin. Jetzt musst du da hin. Ich bin ein zu niedrig, ne? Oder? Das müsste eigentlich da oben. Da fehlt einer. Bei mir ruckelt's irgendwie grad total. So. Ich glaube, so ist es richtig. Kann das sein? Jetzt mit der Öffnung hier. Oben muss auf jeden Fall noch einer dran, ne? Oben in der Mitte? Ne, da, ne? Ja, da. Wo du jetzt so ungefähr drunter stehst. Ah, super. Zwei. Der muss weg, ne? Ja, jetzt passt das. Und da muss noch einer hin irgendwie, ne? Genau, da muss auch noch einer hin. So, oder? Jetzt ist es rund. Ja. In Anführungsstrichen. Minecraft rund. Minecraft rund. Man kann es erst noch runter machen, indem man Treppen nimmt. Ich mach mal das mal gerade. Ah, okay, ja. Da hast du das. Kannst du ja machen, ne? Ach so, dann mach ich den Turm besser nicht weg. Vielleicht muss der nochmal hoch, ne? Ja, aber komm. So, aber weißt du was? Richtig, die Runden machen wir es ein bisschen später. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge, denke ich mal. Die sollten wir jetzt erstmal beenden. Ja. Irgendwes ruckelt hier. Dann muss ich gucken, dass das besser wird. Okay. Mir ruckelt's nicht. Zumindest so nicht. In der Aufnahme weiß ich nicht. Ja, dann würde ich sagen. Dankeschön. Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen. Wenn ihr das nächste Mal. Auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.